Busch Leute, was geht? Ich zeige Jonas wieder hier mit einem neuen Need for Speed Video, die immer noch liegt Wie gestern Und ich würde sagen Wink Gut, dass ich eben noch mein Foto habe Für mich war es eben für euch gestern Und gerade hintereinander uns Ich versuche dich während des Rands zu filmen Ich hoffe du kriegst mein Heiko drauf Hahahaha Schieb ab, Kenny Komm schon, treten wir dem Kerl in den Arsch Aus dem Weg Ja, dann kommt es dem Nummer 1 ein bisschen Ich bin nicht voll Ich bin so anscheinend ein bisschen mit Flächen gelogen Hör zu! Wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurve einfach heuer aufs Gas zu gehen Ich lasse dir nur einen Vorsprung Ah, danke Ich lasse dir nur einen Vorsprung Ah, danke Okay, wenn du meinst. Ich hätte auch nicht unbedingt vor Ort dich zu bringen. So nicht, Rookie! Die Straße gehört mir! Glaube ihr nicht? Und BOOM! Wahrscheinlich nur Glück. Ich habe krasse Shots vom Rennen. Ich kann es gar nicht erwarten, sie zu posten. Jo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die Leak. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihm gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Renn, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Es heißt, Lukas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten. Uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Zielfahrzeuge waren zuletzt nah Westside unterwegs. Das ist eine Rennstelle. Das ist eine Rennstelle. Bevor die Cops auftauchen. Ich schicke dir ein paar Orte, bei denen wir erst mal untertauchen können. Ich fahr zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade. Ich hatte echt Spaß. Da sind Cops? Du kannst auch weiterrennen fahren, wenn du willst. Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. Ich bin gar nicht. Ich kann es nicht vorstellen. Wir werden uns verkaufen. Ich kann es nicht vorstellen, aber es ist eine kleine Frage. Ich kann es nicht aus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ich muss jetzt sagen, nachdem ich die Kaffee runtergestellt hab, läuft es? Okay, ich muss lernen. Handpensel. Nicht schlecht für die erste Nacht. Und du hast noch viele weitere vor dir. Okay. Nice. Level 2. Was ist bei anderthalb? Ich habe dich angerufen. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt ist es unpassend. Das ist gerade sehr unpassend. Ich mache gerade YouTube-Video. Warte mal, fünf Minuten online und wir haben schon hunderte Views. Äh, wir? Guck, wen ich hier hab. Oh, hey. Meine Schwester zieht die große Tour mit dir durch, hm? Kann man so sagen. Ach, nur zur Info. Ja, das ist doch ganz geil. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Ey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaub, das wird sich jetzt ändern. Naja, genau. Das glaubst nur du. Hör zu, ich hab so einiges gehört. Die Cops greifen jetzt hart durch. Mira, la calle está caliente. Ich weiß alles über die Cops. Papi hat denselben Vortrag gehalten. Dann halt dich auch dann, Micha. Was? So wie du? Calmate, calmate. Wo wohnst du? Das ist ne gute Frage. Wie wär's hier? Ja, klar. Hier schläft immer irgendwer. Secho? Pack dich auf ne Couch. Sei er unser Gast. Ja, Mann. Ich hab doch gar keins bekommen. Ach, was hast du denn gesagt? I don't think so. Ich hab ja auch gekauft. Ich hab ja auch gekauft. Ich hab ja gar nicht gekauft. Ich hab das Ding gewonnen. Und das ist so, wenn ich mir nie erledigt habe. So ist das Ding. So ist das Ding. Erst gesagt. Ein Teil ist, das Ding. Aber nicht. Dieses Ding mit dem System. Oh, okay. Ich will eigentlich nur eine Testfahrt jetzt machen. Egal, kein Rennen oder so. Sonst wäre ich vollkommen hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Fräule vom ersten Abend? Seine Crew, die Speedboys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Hey, eins meiner Trainingsrennen steht an, falls du also Lust hast. Klar, schick mir die... So, jetzt können wir... Ich glaube die blauen... Das sind... Äh... Normale, legaleren. Und das hier sind dann... Ja, genau. Diese illegalen. Wo du auch Upgrades brauchst, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Das mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Ja. Alle blauen Kanchen. Das ist die Polizei. Das sollte sein. Wie bin ich jetzt drin? 3? Ja. 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 Oh ja. Ich weiß, mein PC wird jetzt da drunter leiden. Einfach nur mal ganz kurz, um dieses Auto in voller Pracht zu sehen. Oh, sieht die Welt geil aus. Oh, sieht das geil aus. Ja, okay. Jetzt kann er auch wieder runter. Weil jetzt ist der PC einfach... Sowas von wieder laut. Ja. Wollen wir jetzt ein Rennen fahren? Oder erstmal ein bisschen ärger runden? Oder erstmal ein bisschen ärger runden? Ich habe aktuell nichts mehr zu tun. Ich muss halt jetzt ein Rennen fahren. Ach. Gut. Ja, das sieht ganz gut aus. Nachhinein. Damit damit... äh, äh. Nachhinein. Nachhinein. Mit damit... Äh, äh, äh. ja ich glaube ich werde einfach jetzt den part das wird dann halt ein kurzes video was ist mit dem video und haut rein